Eine Muslimin, ein Jude und eine Christin unterhalten sich darüber, wie ihre Religion zum Thema Umweltschutz steht und kommen zu dem Schluss, alle haben ein gemeinsames Ziel, nämlich die Natur zu schützen. Beim diesjährigen Trialog der Kulturen, dem Schulenwettbewerb für interreligiöse Verständigung, war genau dies das Thema. Der Kulturen-Schulenwettbewerb stand dieses Jahr unter der Frage Mensch, Kreatur, Natur. Was sagen Judentum, Christentum und Islam dazu? Die Jugendlichen haben sich ein Jahr lang mit der Frage nach Energiewende, wollen wir Atomstrom oder Solarenergie beschäftigt? Sie haben sich die Frage gestellt, wie viel uns Menschen eigentlich wert sind, die unter unerträglichen Bedingungen unsere Kleider, die wir am Leib tragen, herstellen müssen. Und sie haben sich gefragt, wie wir mit Lebensmitteln umgehen. Wir hatten ja gerade dieses Jahr die Zahlen, wie viel Lebensmittel wir tagtäglich wegwerfen. Die Jugendlichen haben diese Frage in Projekten gestellt und sind aus ihrer Schule rausgegangen und haben Menschen, Juden, Christen, Muslime, Philosophen, Agnostiker gefragt, was sie eigentlich dazu sagen. Und diese Stimmen mit in den Diskurs eingebracht. 21 Schulen aus fünf Bundesländern, unter ihnen auch hessische Schulen, hatten sich für den Wettbewerb qualifiziert und ein Jahr lang an ihren Projekten gearbeitet. Diese reichten von einer Theaterinszenierung von Nathan dem Weisen bis hin zu einem Poetry Slam. Am Ende der rund zweistündigen Verleihung war dann die Spannung mit Händen greifbar. Den ersten Platz unter den hessischen Teilnehmern belegte die nordhessische Lahntalschule Biedenkopf. Sie hatte sich mit einem Waldlehrpfad zum Thema Religionen beworben. Der Waldlehrpfad beschäftigt sich an sieben Stationen, die die Schüler hergestellt und im Wald aufgestellt haben, mit den Lebensfragen, die in den verschiedenen Religionen eine Rolle spielen. Und die einzelnen Besucher sollen sich dann eben mit den Antworten auf diese Lebensfragen, die die Religionen geben, auseinandersetzen. Doch beim Trialog der Kulturen gibt es im Grunde keine Verlierer. Alle Erst- bis Drittplatzierten durften sich über Preisgelder zwischen 4.500 und 9.000 Euro freuen.